Musik Hallo, zurück zu Let's Random Wizard City äh Wizard 101, nicht Wizard City, bla bla äh, wir waren stehen geblieben hier in G-G-G-G-Grizzleheim und wollen hier jetzt mit ein paar Händlern sprechen das hier ist zur Info nur, äh, ja nur so zur Info auch eine Welt, in die man dann später rein kann allerdings ist das eine Premium-Welt, die man ab Stufe 20 ähm, dann eben, ja, bezahlen muss im Moment könnte man theoretisch noch, äh, Dingsen, 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 ähm ja gratis rein, allerdings auch wirklich nur für diesen Tag noch hier haben wir noch ein paar Händler, Hallöchen du da wie wäre es mit einer neuen Robe hier ist es kalt und du solltest dich warm halten welche Größe hast du? du erklärst, du seist nicht gekommen, um eine Robe zu kaufen vielmehr möchtest du die Handelsbeziehungen mit Wizard City fördern hm, handeln mit Wizard City? das lässt sich machen hehehe, ich werde allerdings meinen Bestand um ein paar kleinere Größen erweitern müssen natürlich dann fristen wir uns alle auf so dirbund, wie du gerade lachst hallo, Hutmacher willkommen, Fremdling wo kommst du her und was kann ich für dich tun? du erklärst, dass du aus Wizard City kommst und dass du hier bist, um den Handel mit Grisselheim voranzutreiben ja das ist in Ordnung ich handle mit jedem, der Gold in der Tasche hat natürlich so das sind alles geldgeile Schweine hier äh, Bären und hier Schmuck na? du siehst aus, als könntest du einen neuen Runenring gebrauchen zufälligerweise habe ich gerade ein yo bevor er dir etwas verkaufen kann erzählst du ihm von der Handelsvereinbarung ja das klingt großartig ich bin dabei du solltest zu Baldur zurückgehen und ihm sagen, dass wir den Handel mit Wizard City unterstützen natürlich dann wollen wir mal gucken wie teuer das denn hier ist äh, 300 was bringt mir der? toll ist eigentlich scheiße äh mal aber nur gucken, was die hier gerade zu handeln haben das Ding wäre sogar im Moment noch recht sinnvoll allerdings habe ich keine Kohlen deswegen lohnt sich das dann doch nicht äh oder beziehungsweise nicht genug Kohlen und das Ding wäre naja kann man machen muss man aber auch nicht später kann man wie gesagt hier wieder zurückkehren und dann haben sie glaube ich auch ein bisschen mehr als das jetzt, äh, haben sie halt gerade noch so wenig weil eben es unwahrscheinlich ist ähm dass man äh, 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 ne? ja und dann gibt es ja auch ein paar mehr Sachen also im Moment hier zum Beispiel sind dann die Spiele für den Krippelkern äh, für das Ding aber ist halt alles noch ein bisschen Sie sind also dabei, ja? weniger Gute Neuigkeit Wir haben heute viel erreicht Mach dich bereit Ich werde dich nach Hause bringen Natürlich Es war eine Freude mit dir zu arbeiten Mögen deine zukünftigen Reisen gut verlaufen Ja Zwar kannst du nicht sofort nach Grisselheim zurückkehren aber bei deinem nächsten Besuch wird man dich herzlich empfangen Für eine Rückkehr musst du mindestens Stufe 20 sein Jo Äh, wie gesagt muss man kaufen So Wir wollten Tritonenstraße war, glaube ich Ähm War, glaube ich die der Weg Wizards Nebelholz Wizards Blablabla Susi Irgendwas Tritonenstraße So Einmal hindurch stopfen Und sich einen Keks freuen Äh, Gott, oh Gott So Äh, genau Das war dieser Way Spukgehilfen sind noch am Laden anscheinend Ich sehe allerdings gerade gar nicht das Lade-Ding Den Ladebalken Beziehungsweise das Lade-Dreh-Ding Ist ja gar kein Balken Äh, und Map Bitte Lade Map Gut Äh, ich bin am Arsch Da bin ich am Arsch der Welt Und hier gibt's dann die ganzen Quests glaube ich Das heißt, ich mach mich mal eben auf den Weg Ähm Hier wird es dann, glaube ich, auch mal ein paar Quests mehr geben als, äh Ja, vorher Beziehungsweise vorher als, äh, bei Dings Hier ist ein Susi greifen dritt Boah, Leck Jetzt fängt's an, mal ein bisschen was zu Lä- Äh, Dings in Laden Ich freue mich, dass du gekommen bist Ich habe versucht, Hilfe zu bekommen Aber die Stadtwachen sind wegen der ganzen Ereignisse in letzter Zeit viel zu beschäftigen Jaja, die haben einfach nur keinen Bock Sieh's ein Die wollen dich nicht Du kommst vom Schulleiter? Gut Mein Bruder und ich können Hilfe gebrauchen Wir versuchen, die Untoten aufzuhalten Die das Tor der Spukhöhle aufbrachen Und sich in der Umgebung breit machen Mein Bruder Arthur ist vorgegangen Um die Spukhöhle auszuspähen Er meint, dass sich die treibende Kraft im Inneren befindet Ich mache mir Sorgen Denn ich habe nichts mehr von ihm gehört Könntest du nach meinem Bruder sehen? Er sollte noch nicht zu tief in die Spukhöhle vorgedrungen sein Vielleicht hat er die dunkle Macht entdeckt Die für den Ärger in Wizard City verantwortlich ist Äh, äh, ne, nicht wirklich Ähm Komm ich hier rein, 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 nein Ähm So Ja, und das Dorian Triebsee, irgendwas Das ist ein Endboss, wie man hier unten auch sehen kann Ähm Ach ja, genau Und hier Ist ein irgendwas Ein Seil, und da kommt man in eine andere Welt Also in einen anderen Dings, aber da kann ich anscheinend noch nicht hin Ich weiß Das kam irgendwann, als ich, äh, es kam gerade, als ich, ähm Hoppla Hier ist der Smith, das wusste ich noch Ha Ähm, das kam irgendwann mal als Update, als ich aber schon gespielt hatte Und da war ich dann Level, weiß ich nicht was, 25 oder so Und da hab ich dann schnell mal, bin ich mal schnell durch Hier, es ist so ein Teleporter Ähm, konnte ich halt eigentlich recht fix durch Und hallo, äh, Bruno, irgendwas, Rabenauk Es ist schön, jemand Neues zu sehen Wir haben hier viel zu tun Und es wird nicht einfach werden Natürlich Die Untoten haben Krähen mitgebracht, die unsere Pflanzen ruinieren Nee Wir müssen ein paar Vogelscheuchen bauen, um die Krähen fernzuhalten Mhm Zuerst brauchen wir etwas Stoff, um die Vogelscheuche auszustaffieren Diesen Stoff bekommst du von Scharlachrufern Könntest du etwas Stoff beschreiben? Natürlich So, das ist immer ein bisschen, äh, ärgerlich Ich, hab ich dabei auch schon mal gesagt, dass man hier, äh Ja, komm, leck nicht rum Ähm, dass man hier halt so Faulfutter, ja gut So, dass man eben Was geht denn ab? Hau ab, tschüss Ach, die steht da rum Ja, schön Ähm 200 Dann mal eben Ja, egal Also, dass man eben, dass die sagen Ja, mach mal das Hol mal den Scheiß Und, äh, nicht sagen Hol den und den und den und den und den und den Scheiß Sondern, dass sie dann immer Du musst was machen Äh, kassierst Ähm, gehst dann hin Kriegst dann deine EP Und dann schicken die dich nochmal los 131 Äh, äh, ja So, ich glaub Ich glaub, ein groß Ich weiß gar nicht, ob das Irgendwie ein großer Unterschied Oder ist Oh, nein Fuck Hier machen die jetzt Das wird schon ein bisschen, äh, enger Ich glaub, ich werd auch öfter mal verrecken Ähm Und Dann klatschen wir den nochmal so weit in die Fresse Mal schauen, ob das was bringt Oder wie, weil, wie gut das ist Lalalala Lalalala Keine Ahnung, ob ihr das Ich geh hier gerade den ganzen Tag mit meinem, äh, 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 Dings Auf den anderen Oh, nein Hau ab, hau ab Jetzt verpatzt Na toll Ähm Jetzt bashe ich den mit meinem neuen, super coolen Mega-Move weg Mein zweiter Scharlach-Ufer wäre gar nicht so dumm Weil ich muss ja eh drei, äh, Stoff sammeln Ach, das ist das Spiel Ah, jetzt war es jetzt Blum, tot Ja, Questfortschritt, ein Tuch Eins von drei Tuch gesammelt Ähm Einmal schräg rüber Ganz leicht Ja, ankratzen So Wir hätten aber Faulfutter Kaum Scharlach-Ufer Das ist behindert Ähm Weil ich keine Faulfutter will Wobei Brauche ich eigentlich Faulfutter? Ich gucke mal eben Weil irgendwas musste ich doch noch, äh, töten Ich kann ja mal kicken Mal kicken Faulfutter brauche ich sogar Das ist doch schön Dann wollen wir mal eben Alter Scharlach-Ufer, Scharlach-Ufer Scharlach-Ufer Nein Äh Hier ist aber gar keiner mehr Boah Ne, das ist ein Faulfutter Faulfutter, Faulfutter, Faulfutter Ach, machen wir mal den Faulfutter hier kalt Mal schauen Ist der schwieriger oder leichter? Mal gucken Ich weiß es nicht Äh 150 Leichter Ähm So Komm Quit Und dann Nein Jetzt Ähm Leute Seid ihr eigentlich behindert? So, jetzt kann es sein Dass ihr Nein Tschüss Bleib Bleib Weg Na also Tschüss 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 Ja 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 Gut Hallo Wer bist du? Du hast soeben Futter für ein Tier erhalten Wenn dein Haustier ein Trainingsspiel abgeschlossen hat Kannst du es damit füttern Klasse Käsebrockoli Sehr lecker Ähm Faulfutter will ich nicht Was hab ich denn noch so Ich kann ja eben in die Gehe ich mal in die Spukhöhle Ich finde irgendwie hier sind recht wenig Ach hier hinten sind Scharlachrufers Okay dann gehen wir mal ein bisschen weiter Weil die sind glaube ich Die sind ja ein bisschen Äh Die Scharlachrufer sind ja stärker als die Faulfutter Demnach Äh Gehe ich ein bisschen weiter Und dann sollten eigentlich mehr Scharlachrufer kommen Ähm Die sind alle Blitzkacke Wie Ist ja Sehr schön Hier So sehen fast alle Wege aus Die haben alle ungefähr den gleichen Aufbau Ich hab keinen Bock gegen Vorbei Doch Komm Mal mal rein Dankeschön Jetzt wär natürlich geil Wenn noch einer da kommt Schon der zweite Yeah Oder die zweite Er hat gesagt Ah na na Komm Lady Blitz Baby Los geht's Helden des Einhornwegs Na super Ähm Das ist heilen Das ist heilen glaube ich Du 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 Machen wir mal das auf den Oder die auf die Nein ich kassier Gar nichts Aber egal Lag Nicht so richtig Nicht so richtig Du 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 Widerstehen Äh Komischerweise das widersteht sie nicht Obwohl sie tot ist Oder eigentlich untot Aber ich glaub die ist Äh Achso sie ist so ein komisches Dreiecksding Das ist glaube ich Balance Ähm Dann geh ich mal auf den Und du kannst versuchen die Platz zu machen Mal schauen Äh Lala Na super Hehehehe Boom Peng Lala 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 128 Mit Glück Äh Baller ich Der jetzt Äh Das Leben aus Na komm Ah ja Gut Wow Verpasst Du Loser Leck Aber Wie kriegst du denn Die Hosen 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 Aber warum gehst du denn auf die Bist du blöd Mein Gott Ich dachte du gehst auf die Und machst den aber mal platt So egal Ist ja nicht mein Problem Wenn die mein Alle macht Oder meine Es ist meistens so dass Ähm Die Gegner Den ersten Der drin steht Angreift Ähm Und ja Die anderen werden dann Irgendwie danach Mal Vielleicht mal angegriffen Wenn nicht Äh Vielleicht auch nicht Oh Zähler reicht Besorgetuch Ich hab von jedem Ein Tuch bekommen Das ist schön Ähm Dann mal schauen Spukhöhle geht da vorne rein Durchlaufen So Scharlachrufer Brauche ich nicht mehr Ich will ein Pferd Hm Da hätten wir noch so ein kleines Mini Dungeon Dungeon Eingang Spukhöhle Wunderschön Im Innern der Spukhöhle Findest du einen Gebossen Nein Und Tschüss So Oh So Nebeläuts Hab ich das auch Ähm Hoppla So Und ich sehe nichts Ach shit Äh Ach Muss ich jetzt einen Schall Scharlachrufer umbringen Kann ich einen Superpip haben Dann könnte ich mir jetzt ein bisschen was von machen Ähm Da Ach Mensch 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 Also die Kämpfe später werden ein bisschen geiler Weil ich da wirklich mal öfter ein paar äh stärkere ja Angriffe machen kann Im Moment ist das alles noch ein bisschen lame Weil später gibt es auch wirklich äh gibt es auch ein paar Angriffe Die machen dann zwar nur 50 Damage oder so aber die treffen dafür zu 100% sofern man nicht äh also standardmäßig Ähm Es gibt natürlich auch Zauber von denen dass man äh halt ja nicht so einfach äh nicht immer trifft und das kann dann halt auch auf 100% Treffer aber na gut auf jeden Fall machen die dann halt 250 Damage ähm Eismantel Bullshit ähm naja aber dadurch verbraucht man da damit verbraucht man allerdings keine Pips demnach kriegt man hat man danach automatisch zwei Pips vielleicht sogar drei also wenn man einen super Pip kriegt und dann kannst du schon ein paar mehr äh Dings machen Dings ne weiß Bescheid ja so dann wollen wir einmal zu dem Bruno Rabenauk Rabenauk oder wie auch immer Platsch Platsch Hi ausgezeichnet wirklich das passt hervorragend und jetzt brauche ich noch Stroh außerhalb der Spukhöhle haben sich einige Feldwachen versteckt besorge von ihnen etwas Stroh noch ah komm zu mir ich stehe direkt vor der Duell-Arena im Einhorn stark Diego ach verwirrt der Sinne naja ähm da lag im Moment lag das extrem auch eben schon bei der Aufnahme von Burnout hat es extrem gelag deswegen ist es da auch ein bisschen ein bisschen sehr äh asynchron kron zum Schluss aber dadurch dass ich da hier halt nur kurz Aufnahmen hab hast du ihn gefunden das ist sein Zauberstab es muss ihm etwas zugestoßen sein bestimmt hatte er recht mit seiner Vermutung dass die Ursache in der Höhle zu finden ist ja ja bestimmt könntest du bitte mit Dorian Trübsee sprechen er ist ein Schüler der Necromantie der die Vorgänge dort untersucht ein bisschen eingebildet ist er ja schon aber er weiß vielleicht wo mein Bruder ist würdest du ihn ne ich bring ihn um also dein Bruder ähm der ist hier unten so und dann würde ich sagen das waren ungefähr 20 Minuten irgendwas bei 19 Minuten keine Ahnung ähm dann würde ich mal sagen wir sehen uns dann in der nächsten Folge weil ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache bis dahin sag ich einmal tschau sen Vielen Dank.